Meine Damen und Herren, da war gerade schon ein Mann in Bild und Ton, dessen Namen wir alle kennen, der mit der Politik seit so vielen Jahren verbandelt ist. Er ist einer der Hochleistungspolitiker, er ist jetzt 70 Jahre alt geworden, Wolfgang Schäuble, der aktuelle Finanzminister. Ich darf mal gerade vorlesen, was er alles schon gewesen ist in den Regierungen, in den diversen Regierungen. Er war Innenminister, er war Chef des Kanzleramtes, er war Fraktionsvorsitzender und er war selbst Vorsitzender der CDU. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Wolfgang Schäuble zum 70. und reihen uns einen die vielen Gratulanten, die heute seinen Geburtstag im Bundestag feiern werden. Ab 11 Uhr sind wir damit auch live dabei auf Sendung. Ich will aber jetzt über ihn sprechen und zwar mit einem Mann, der sich sein Freund nennt. Und ich begrüße dazu ganz herzlich in Berlin den ehemaligen Ministerpräsidenten und damit auch den letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière. Grüße Sie. Grüße Sie auch. Ja, also das ist einer Ihrer Freunde. Es ist der wohl einzige politische Freund, wie Sie sagen, über ihn, den er hat. Was haben Sie ihm denn zum Geburtstag geschenkt? Na, das sagen Sie. Er hat gesagt, er hätte nur einen Freund in der Politik und das wäre ich. Aber er hat viele Freunde außerhalb der Politik. Sonst wäre er ja ein armer Kerl, wenn er noch mich als Freund hätte. Ich habe ihm geschenkt, wie mit an und zusammen, eine Festschrift, wo wir uns zu ihm geäußert haben. Das haben sich Christine Lagarde geschrieben, Jean-Claude Juncker und Richard Schröder und Kalina Lehmann. Und wenn Sie das lesen, werden Sie sehr viel mehr über Wolfgang Schäuble wissen. Na, dann fangen wir doch mal an. Und Sie erzählen uns mal, wie Sie vielleicht ihn zum ersten Mal getroffen haben. Wie das war, wie er auf Sie gewirkt hat. Wann war das eigentlich? Das erste Mal getroffen habe ich in 1987, das war meine erste Westreise zur EKD-Synode. Und er kam als Chef des Bundeskanzleramtes, um ein Grußwort zu halten. Und ich wurde ihm vorgestellt, aber ich habe offensichtlich keinen Eindruck bei ihm hinterlassen. Er hat später gesagt, er könne sich nicht daran erinnern. Wir sind uns dann in der Wendezeit begegnet, als er sich sachkundig machen wollte, wer denn der neue ostdeutsche CDU-Vorsitzende wäre. Und natürlich sind wir uns in Zeiten des Einigungsvertrags, der Einigungsvertragsverhandlungen, fast täglich begegnet und haben sehr schwierige Probleme miteinander gelöst. Und ich war damals fasziniert davon, wie er nicht die westdeutschen Interessen vertrat, sondern da ich gesamtdeutsch dachte und dachte, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Rechtskreise zusammen, sodass wir hinterher damit leben können. Wir haben damals gesagt, wir machen einen Kontraktsozial, einen Gesellschaftsvertrag. Und dieses tiefe, ernste Bewusstsein für die Aufgabe, das hat mir damals tiefen Eindruck gemacht. Ja, was ist er denn für ein Mensch, wenn man mit ihm zusammenarbeitet? Viele sagen, er sei ein harter Hund. Er ist sehr sachlich und sehr konzentriert. Und es kommt uns entgegen, dass wir vielleicht beide Juristen sind, beide Protestanten sind, beide ein ähnliches Arbeitseinstellung haben. Also ich habe dieses harte Hund bei ihm nie so empfunden. Bei den Verhandlungen gab es mal ein, zwei Situationen, wo er mir ziemlich deutlich gesagt hat, das, was wir vorhaben, ist nicht Beitritt, nicht Neugründung. Da muss ich mal ein bisschen schlucken. Aber wichtiger war mir das, was in der Sache für mich wichtig durchkam. Er sagt selbst, dass ich starkköpfig oder bösartig wäre, ist Quatsch. Ich zitiere, ich habe nur das Problem, dass die Leute meine Ironie nicht verstehen. Was ist das denn für eine Ironie? Sie selbst sagen ja, er könne ein sehr freundlicher, ausgesprochen freundlicher Plauderer sein. Das kann ich auf jeden Fall. Also in der privaten Runde ist er ein sehr freundlicher Plauderer. Aber er hat eine Form von Ironie, die nicht jedermanns Sache ist. Aber meine Ironie ist vielleicht ähnlich und deswegen verteilen wir uns so gut. Aber was entscheidend ist, er ist auch zur Selbstironie fähig und das können da sehr wenige Leute. Ja, das ist wohl wahr. Und diese Selbstironie, die hat ihm ja vielleicht ein bisschen gefehlt im Umgang beispielsweise mit einem alten politischen Freund, der ihm dann nicht mehr zum Freund gereichte. Da ist ja eine Männerfreundschaft oder vielleicht können Sie es anders beurteilen. Gab es jemals eine Männerfreundschaft zwischen Helmut Kohl, Sie wissen, was ich anspreche, und Wolfgang Schäuble? Also Wolfgang hat mal gesagt, das war keine Freundschaft, das war eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit. Er war zehn Jahre jünger, Kohl war immer der Chef und Wolfgang war derjenige, der ihm fast bis zur Selbstverleugnung gedient hat. Desto unfreundlicher war es von Kohl in der Spendenaffäre, den Wolfgang auf diesem Mist sitzen zu lassen. Schäuble sagt aber nichts Böses, er sagt einfach, diese Beziehung ist beendet. Das ist relativ wertfrei. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation die gleiche Größe hätte, das nur so zu bezeichnen. Aber wir haben ja nun gesehen, gestern Helmut Kohl in der Fraktion und heute der Festakt für Wolfgang im Deutschen Theater. Der eine schaut zurück und der andere schaut noch immer nach vorn. Ja, das haben wir gestern ja auch erlebt bei der Fraktionssitzung, als der ehemalige Bundeskanzler Kohl dort auftauchte. Sind Sie ein bisschen traurig darüber, dass er vielleicht nicht diese ehemalige Größe hat, heute noch hat, dann beim Geburtstag von seinem ehemaligen Kampfkollegen im politischen Amte vorbeizuschauen? Ich glaube, es ist gut, dass Sie sich die beiden aus dem Weg gehen. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Das ist mal ein klares Wort. Klare Worte ist man ja gewöhnt von Wolfgang Schäuble. Manchmal auch sehr harte Worte. Viele sagen, er sei ein bisschen härter geworden nach dem Attentat, dass er überlebt hat. Die Kugel, die seinen Rückenmark durchtrennt hat, ihn zur Querschnittslähmung zwang und in den Rollstuhl. Was sagen Sie? Sie haben ihn erlebt noch als Kanzleramtschef und Sie erleben ihn heute. Ist er wirklich ein anderer geworden, wie manche sagen? Ich denke schon, dass sowas einen verändert. Aber ich glaube nicht, dass er härter geworden ist, sondern er muss mit seiner Zeit sehr viel rationaler umgehen, weil diese Krankheit ihn ja auch in vielen Dingen behindert. Und insofern ist er vielleicht ungeduldiger als früher, dass er das Pensum, was er sich selbst diktiert und das ist gewaltig, schafft. Und da sind Leute, die also nicht ähnlich schnell denken, ein bisschen behinderlich für ihn. Er hat gesagt, kann ein Krüppel Kanzler werden, hat er sich selber gefragt. Und er hat sich selbst die Antwort gegeben damals und hat gesagt, ja. Einige Zeit später hat er dann selber gesagt, vielleicht ist es gar nicht so eine gute Idee. Hätten Sie ihn lieber an höheren Positionen, eventuell sogar als Bundespräsident gesehen? Also ich hätte ihm den Bundespräsidenten als Krönung seiner Laufbahn schon gewünscht. Aber dann stünde er uns nicht zu der jetzigen Aufgabe zur Verfügung als Finanzminister. Und ich finde, das ist mindestens ebenso wichtig, dass dieser europäische Gedanke nicht in irgendwelchen Finanzüberwägungen untergeht. Der europäische Gedanke, Sie sagen, er ist ein großer Europäer und wir werden noch sehr viel später kapieren, was er für ein großer Europäer ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Lothar de Maizière. Vielen Dank.